Ja, hallo liebe Borgwart-Freunde, liebe Oldtimer-Fans und liebe Krimi-Leser. Ich habe wieder mal ein neues Buch geschrieben. Klenk heißt das, Klenk und das Phönix-Komplott. Es basiert auf historischen Fakten und ist ein Krimi, der im Autobereich spielt bei Borgwart 1953-54, als die Isabella rauskam. Man erfährt was von den Machenschaften, die damals liefen, über die Probleme. Und das Ganze ist eigentlich so gekommen, dass mir ein Mitarbeiter vor 20 Jahren erzählte, was er damals für Borgwart getan hat. Und das war alles ganz spannend. Er hat auch einige Werkfotos für mich und das war total nett. Aber er verlangte von mir das Versprechen, dass ich die nächsten 20 Jahre darüber nicht schreibe. Naja, habe ich gedacht, okay. Und dann bekam ich ja vor ein, zwei Jahren, nee, ist auch egal, also vor kurzer Zeit, 20 Jahren nach seinem Tod, bekam ich dann von einem Rechtsanwalt einen dicken Briefumschlag. Und da war nochmal alles genau aufgeführt. Und aufgrund dieses Materials und der anderen historischen Fakten entstand dieses Buch. Donnerstag, 19. März 1953, Frankfurt am Main, Hotel Frankfurter Hof. Arroganter Fatzke, urteilte Karl Borgwart, stand wütend auf und verließ die Bar des Hotels. Vor einer Stunde hatte sich der Bremer Autoindustrielle Karl Friedrich Wilhelm Borgwart von den Mitarbeitern seines Messestands auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main verabschiedet. Er fuhr mit seinem großen Wagen, dem Hansa 2400, zum Hotel Frankfurter Hof, wo er ein luxuriöses Zimmer bewohnte. Gegen 20.30 Uhr betrat er die Hotelbar, setzte sich an die Theke und bestellte ein großes Bier. Selbst in feinster Umgebung blieb Karl Borgwart sich und seinem bevorzugten Getränk treu. Aus bescheidenen Verhältnissen kommend, hatte er sich zum Großunternehmer hochgearbeitet. In seinen Bremer Autofabriken arbeiteten 9000 Beschäftigte. Weit über 30.000 Personenautos und Lastwagen hatten 1952 die Fließbänder verlassen. Das Feierabendbier und die Ruhe nach dem anstrengenden Messetag hatte er sich redlich verdient. Diesen Genuss störte ein großer, vollschlanker, etwas geckenhaft gekleideter Mann, der sich ungefragt neben Borgwart an die Theke setzte. Guten Abend, Herr Borgwart. Mein Name ist Heribert von Ent. Ich gehöre zur Geschäftsleitung der Hannomark Werke. Ich freue mich, dass wir uns hier treffen. Was wollen Sie, fragte Borgwart sichtlich genervt in seiner direkten Art. Herr Borgwart, ich komme sofort zum Thema. Wie Sie wissen, hat die Rheinstahl-Unternehmensgruppe den Lkw-Hersteller Hannomark in Hannover übernommen. Uns fehlen im Verkaufsprogramm die Personenwagen. Unsere Händler drängen auf Kleinwagen und Mittelklasse-Limousinen. Ihre Autos, der kleine Lloyd, der Hansa 1800 und sogar der 2400, wären für Hannomark die ideale Ergänzung. Wie stellen Sie sich die Sache vor? Es gibt etliche Möglichkeiten. Verkaufsgemeinschaft, Beteiligung oder Kauf Ihrer Unternehmen. Denken Sie daran, dass Sie mit Ihren 62 Jahren nicht mehr der Jüngste sind. Und der Expansionswille der großen Autofirmen VW, Opel, Mercedes und Ford wird Ihnen schwer zu schaffen machen. Das sollten Sie sich in Ihrem Alter nicht mehr antun. Die Rheinstahl ist bereit, einen außergewöhnlichen Preis zu bezahlen. Borgwart war empört und dachte, was faselt der Lackaffe von zu alt. Ich habe durch den Wiederaufbau meiner Werke in Bremen nach dem Krieg bewiesen, dass ich nicht zum alten Eisen gehöre. Ach, und unsere Lkw-Produktion wird eingestellt. Obwohl unsere Nutzfahrzeuge besser sind als Ihre? Verkaufen Sie mir doch die Hannomark. Herr Borgwart, es ist eine Variante, werft von Entbrügend ein. Wir können eine Verkaufsgemeinschaft mit einer Angleichung des Lkw-Bereichs ins Auge fassen. Doch Borgwart war nicht zu bremsen. Dieser pomadige Schnösel verkennt die Tatsachen, schoss es ihm durch den Kopf. Ich bin der viertgrößte Autoproduzent der Bundesrepublik. Die Hannoveraner schafften es ja nicht einmal zu einem verkäuflichen Nachkriegs-Pkw. Borgwarts Zigarre war ausgegangen. Wütend drückte er sie in den Ascher und blaffte von Ent an. Ich verbitte mir Ihre Einmischung in meine Geschäftsangelegenheiten. Stand auf und verließ die Bar. Von Ent blieb erstaunt sitzen, starrte Borgwart hinterher und dachte, Dieser starrsinnige Alte, aber den kriege ich auch nach. Mittwoch, 9. Juni 1954. Bremen, Borgwartwerk, Seewaldsbrück. Die erste Isabella. Wer von den Mitarbeitern konnte, der kam in die große Produktionshalle. Dort sollte die erste Isabella vom Band rollen. Dicht gedrängt standen die Arbeiter und die Angestellten am Ende der Montagestraße. Sie sahen, wie der Boss Karl F. W. Borgwart mit seiner Ehefrau Elisabeth den geschmückten Premierenwagen vom Band fuhr. Zwei Tage später kamen die Pressevertreter ins Werk, um den neuen Wagen zu begutachten. Nach etlichen Probefahrten traf man sich im kleinen Saal des Konzerthauses und Restaurants die Glocke an der Domsheide. Während des Mittagessens hielt Wirtschaftssenator Hermann Wolters SPD eine Rede. Er betonte die Wichtigkeit der Borgwart-Betriebe für das Land Bremen sowie für die junge Bundesrepublik. Karl F. W. Borgwart wünschte in einem kleinen Redebeitrag der Isabella allzeit gute Fahrt. Bei Kaffee und Kixen sahen die Journalisten den Werksfilm Männer, Motoren und Rekorde, der die Motorsportaktivitäten des Bremer Werks zeigte. Am Nachmittag beantworteten die Borgwart-Fachleute die Fragen der Reporter. Zum Abschluss der Veranstaltung stellte der Senior des Motorpresseclubs, Wolfgang von Lengerke, fest, dass der Wagen seinen Weg machen wird wie selten einer. Karl F. W. Borgwart war zufrieden. Freitag, 10. September 1954, Bremen, Borgwart-Werk, Sitzungssaal. Karl F. W. Borgwart sprach zu seinen Direktoren. Meine Herren, wir sind zusammengekommen, weil ich bemerkt habe, dass über unsere Isabella von einigen Journalisten schlecht gesprochen und geschrieben wird. Mein Eindruck ist, dass sich solche Missstände in der letzten Zeit häufen. Welches Unternehmen und welche Bereiche meinen Sie, fragte Lloyd-Chef Tichtmeier. Es betrifft hauptsächlich das Werk Sebaldsbrück. Allein die Berichte über die Fahrzeugausfälle bei den Rennen sind zahlreich. Und wie das auf die Öffentlichkeit wirkt, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Herr Borgwart, wir kennen keine Vergleichszahlen. Die Rennfahrerei gibt es bei uns doch erst seit zwei Jahren. Herr Carstens, dazu brauche ich keine Vergleichszahlen. Entweder haben wir die letzten Chasen, die Fahrer sind nicht gut oder es steckt was ganz anderes dahinter. Woher wissen beispielsweise die Redakteure, dass die Nutzlast der Isabella so gering ist? Die wussten sogar, dass bei fünf Personen kein Gepäck mitgenommen werden darf. Wir haben das in der Pressemappe überhaupt nicht erwähnt. Das hat denen doch jemand von uns gesteckt. Wieso reden die Presse-Heinis davon, dass bei Borgwart die ersten Käufer die Versuchsabteilung spielen? Und die Testfahrer? Wer bringt solche Gerüchte in Umlauf? Betreten senken die Manager die Köpfe. Ich will antworten, erklärte Karl Borgwart wesentlich lauter. Lloyd-Chef Tichtmeier antwortete und nahm kein Blatt vor den Mund. Die geringe Nutzlast haben die Pressefritzen vermutlich aus dem Kfz-Schein erfahren. Der sich wohl im Handschuhfach eines Isabella-Testwagens befand. Wir kennen alle die Zeitungsschreiber, reden viel und liefern hinterher meistens vernünftige Artikel ab. Zumal unsere Presseabteilungen ihre Arbeit beherrschen. Vermutlich handelt es sich um Einzelfälle, bei denen ein Journalist einem ihrer Mitarbeiter etwas entlocken konnte, um sich anschließend hervorzutun. Ich glaube nicht, dass da ein Konkurrent oder die Gewerkschaft hinter steht. Eine generelle negative Tendenz hinter den Nachrichten vermute ich auch nicht. In letzter Zeit ist mir gemeldet worden, dass sich bei uns, bei Lloyd, das Presseecho verschlechterte. Das liegt daran, dass wir in unserem derzeitigen Wagen einen Zweitaktenmotor haben. Und der ist mehr und mehr ungeliebt. Wir kommen nächstes Jahr zur Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt mit dem neuen Lloyd 600 heraus, der einen Viertaktenmotor hat. Dann bekommen wir mit Sicherheit eine umfangreiche und sehr gute Berichterstattung. Ich glaube nicht, dass Sie im Recht sind, erteilt Mayer. Deshalb veranlassen Sie, meine Herren, dass größere Missstände in der Produktion, im Bereich der Presse und der Werbung, sowie im Verhältnis zu den Arbeitern mir sofort gemeldet werden, verlangte Borgwart und verließ den Sitzungssaal. Die Direktoren der verschiedenen Werke, die sich nicht häufig trafen, diskutierten über die Situation in den Betrieben. Sie kamen zu dem Schluss, dass in Ihrem Bereich außergewöhnliche Sachen passierten. Aber eben nicht mehr als früher. Mittwoch, 15. September 1954. Bremen, Donanstraße, Büro Robert Klenk. Gestern Nachmittag hatte Borgwarts Pressechef Hilker, dem Boss, so nannten einige Mitarbeiter Karl F. W. Borgwart, von seinem Besuch bei Robert Klenk und der Ablehnung berichtet. Nun saß Karl F. W. Borgwart am Lenkrad seines Hansa 2400, fuhr zu Klenk und murmelte vor sich hin, wenn man nicht alles selbst macht. Er bog von der Schwachhauser Heerstraße in die Donanstraße ein und suchte die Hausnummer 39. Dort stellte er den Wagen ab. Ein etwa 40-jähriger sportlicher Mann spielte mit drei kleinen Jungen Fußball und stand im Tor. Als Pfosten dienten zwei Pullover. Er gab sich redlich Mühe, die Bälle, die der Kleinste schoss, unauffällig nicht zu halten. Und der kleine Kerl war über seine Treffer überglücklich. Borgwart lächelte und ging zur Haustür. Der Torwart schaute auf und kam auf ihn zu. Herr Borgwart, wollen Sie zu mir? Herr Klenk, Sie sind älter geworden. Ja, ich will zu Ihnen. Ja, dann kommen Sie herein. Klenk führte Borgwart in sein Büro und bot ihm einen Sessel an. Herr Klenk, Sie haben in der Vorkriegszeit als Werkstudent und als Sachbearbeiter bei mir gearbeitet. Im Werk gibt es jetzt Probleme. Sie können diese Schwierigkeiten lösen mit Ihren Erfahrungen in meiner Firma, im Geheimdienst der Wehrmacht und als Journalist. Deshalb brauche ich Sie. Herr Borgwart, ich sagte Herrn Hilger schon, dass, ja, ja, ich weiß alles. Und da brach ihn Borgwart, als der neue 1,5-Liter-Wagen, die Isabella, im Juni auf den Markt kam, gab es einige negative Presseartikel darüber. Wenn unsere Rennwagen bei einer Motorsportveranstaltung ausfielen, meckerte die Presse an uns herum. Und zwar mehr als im üblichen Rahmen. Und zwar mehr, das sieht nach einem System aus. Beleidigten wir irgendwelche Journalisten? Oder steckt die Konkurrenz dahinter? Will uns irgendjemand ans Leder? Das, Herr Klenk, finden Sie heraus. Ich brauche Ihre Hilfe. Herr Borgwart, das schaffe ich zeitlich nicht. Die Arbeit stapelt sich bei mir. Herr Klenk, wenn das eine Frage des Honorars ist, so werden wir uns schon einig. Ich biete Ihnen Ihren Stundensatz und eine Erfolgsprämie. Nein, nein, Herr Borgwart, es ist ein Zeitproblem. Übernehmen Sie die Aufgabe. Verschieben Sie Ihre Artikelserie. Oder soll Ihnen Pressechef Hilger helfen? Der recherchiert für Sie, sodass ihn können Sie abends schreiben. Herr Klenk, ich brauche Sie. Klenk bemerkte, wie wichtig dem Unternehmer das Anliegen war. Er fühlte sich geschmeichelt und gebauchpinselt. So ein wichtiger Mann wie Borgwart traute ihm die Lösung seines Problems zu. Und er dachte an Luises Heiratsantrag. Gut, Herr Borgwart, ich mache mit. So, da bin ich noch mal ganz kurz. Also hier der neue Klenk. Das sind ein paar spannende Stunden. Ich freue mich auf Sie. Tschüssi. Selbst in feinster Umgebung blieb Karl F. W. Borgwart sich und seiner Umgebung. Es ist zum Nase putzen, dritter Versuch. So, Donnerstag, 19. März, 19. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was daran witzig ist, aber okay. Donnerstag. Ich muss mich erst mal entlachen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht.